So, dann herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim hier bei mir auf dem Kanal mit mir und der Julia im Together-Bodus und ja, wir wissen immer noch nicht, wie wir rauskommen, aber laut Markierung sehe ich nur da hinten, habe ich gesagt. Ich gehe mal ein Stück, vielleicht sehe ich irgendwas unterwegs. Ja, es ist auch der, der, der Dings ist auch jetzt an. Hier diese Laser-Attack-Scheiße. Die sind dauerhaft an jetzt. Also ich denke mal, wir müssen zurück. Weißt du? Aber ich laufe schnell und dann kannst du hinterher teleportieren einfach. Wenn nicht irgendwas kann, dann ist es laufen. Das stimmt. Ich finde aber auch nix hier. Ne, die sind auf den Tür noch von anderen Seite verschlossen oder irgend sowas, nicht immer. Aber du kommst auch nicht dran, irgendwie. Ich bin schon in dem Hauptraum wieder, also kannst du hinterher teleportieren, wenn du willst. Mit dem Feuer, da ist er in der Mitte. Oh. Bist du so groß? Tja. Sehr lang? Weil ich immer die Rinde vom Brot gegessen habe. wirklich okay das bin ich gut oh es regent so dann müssen wir uns mal irgendwas verkaufen welche also kurze schnellreise nach raubenfels wenn du nichts dagegen hast mein spiel ist gerade abgeschmiert ich bin mir nicht sicher aber ich höre nichts mehr man hat ein schwarzes bild hatte ich vorhin auch richtig schön sehr gut da wollte ich doch mal nicht hinreisen das wieder kostet ich dann reise ich der weile nach raubenfels so wie du am start bist hast neu gestaltet ich starte gerade jetzt f2 wieder nicht geht nur probleme hier ist das schmied johann ne gott sei es nicht so schön euch wieder zu sehen wie läuft es eigentlich so also dem die mine wieder mit betrieb ist hatte ich immer genug arbeit für mich hat sich also nicht viel geändert aber ich sehe das lächeln im gesicht der leute und die hoffnung ist wieder zurückgekehrt etwas das uns sehr lange gefehlt haben kann das habe ich schon mal gehört hier was habt ihr zu verkaufen liegt darauf blöde sau mal gucken was kann ich dem dann noch mal hin verkaufen abends bogen natürlich nicht den behalte ich auch erstmal das eisenschild ganz zu haben nüppel champions behalte ich auch bringe ich nach hause dann klamotten das kannst du haben das da das da das da das da das da alles nimm alles junge das war es schon kommt jederzeit wieder jo jo malo favorin ich derweite schon mal gucken wegen der neuen quest jedes mal geht ja nicht klar im kopf das falkenring ausräumen harte worte mercer frei ah mercer frei ist ein ding äh wolfsschädelhöhle ja wolfsschädelhöhle hast du falken feuerbart hof der einsamkeit ich bin wieder da du müsstest mich mal bitte einladen na klar infinite probieren wir mal absteleportieren geht in dem schmied gleich verkaufen m ja du jetzt rennen wir durch hauptmann 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 nervt mich heute noch in ihrem alten dreckigen lässt das schon mal markieren wir haben jetzt gerade gemacht macht er toten ich ergebe mich aber nicht zu ende aus der asche habe ich noch gutes mal ausgrabungsarbeiten ich weiß nicht ob wir die schon gemacht haben wachen blut waldmännischen geläuterte steine hat die haben schon gemacht jetzt wieder in zwei hälften schneiden ich habe keine ahnung lassen doch 110 legende wind letzte einfahrt azaras stäbe verlorenes erbe das war jetzt eben verlorenes erbe oder ja also bei dem anderen müssen wir auf eine nachricht von dem warten bei dem anderen kommt bestimmt irgendwann mal so ein ding zu wissen ist objekte geschwisterliebe waldmensch aber schon gemacht verbogenes zwielicht wind der veränderung der schmied vor allem da ist bestimmt weggerannt als er wieder eben angst gekriegt haben ich werde eure asche in den menschen verkaufen so können wir schon zu den skal hochreisen ich kann ja nicht ich trage zu viel ach so für das haus redoran für die ehre eure taten waren einfach hier ist der kauf was ich weiß nicht was er verkauft ich brauche den schmied kopfgeld 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 nachforschungsauftrag rohrex sucht unverzauberte rüstungssets veredelter mondstein töte das bießen der krülllichtquelle entschreiben von lami beschaffe bücher spucken sinetsch auskaufungsarbeiten das schwarze buch namens wind der veränderung gelesen lernt das verbogen das verbogene wissen des schwarzen buches haben wir das nicht schon gemacht nee das habe ich aber auch ich habe das schwarze buch namens wind der veränderung gelesen ich sollte das hier verwogene wissen enttönen oder das buch erneut lesen um zu entkommen dann müssen wir noch mal da rein oder was ich glaube das ist ein anderes buch ich glaube auch check das mal das gehört auf jeden fall hierher dass die quest nach dragonborn buch wind ja winter veränderung das habe ich ich habe es mal gelesen war das lange nicht mehr ein apokrypia wahrscheinlich einmal so aufs maul gekriegt dass wir einfach rausgegangen sind das ist aber schön aua hey dreckige viecher hampfmusik aua wo warte ok ich habe noch zwei punkte von person zwei händige zwei händige schädelspalter angriffe mit kriegshammer inkurieren 25 prozent rüstungswertes kriegshammer habe ich nicht aber da hinten und umschlag seitenangriff verwaltiger kritischer angriff du kannst im sprint einen zwei händigen mächtigen angriff durchführen wo wo und jetzt bist du so bin ich doch mal es kräftig an ich sehe nicht was ja oder ich dachte es ist ja nicht ach den sehe ich gar nicht jetzt sehe ich du bist so das ist nur der klo achso von mir lebt doch noch aber ich sehe nicht das problem das scheiße von mir ist er leider weg wir müssen weiter gehen aber mein Adronal scheint zu sehen ja na komm geh weiter dann ist er weg denke ich mal alles nur beschädigt aua kräckiges scheiß Vieh giftiges Lied Piratenkönig hier ist noch ein blaues bei mir Mond und Sterne Verfasser unbekannt sonst alles beschädigt bei mir hier aktiviere da Heelenstein links also welche kaufen fahren dann da oben war es was zum aktivieren hier Magikerquelle hier aktivieren man hier umgebracht haben wir ja nicht jetzt sehe ich ihn auf was für scheiße okay hast du irgendwie eine Richtung wo wir hin müssen hast du eine feste Marke ja schau gut weil ich habe nichts wir hatten doch nichts ja oh hier muss rausziehen oder jetzt schleicher haben gleich siehst du es wieder den Typ aber ich sehe den roten Balken sehe ich aber ich sehe nicht wie viel nummer hat man sich nicht auf dem plan da ist noch irgendwas irgendwas noch den sehe ich aber nicht ich sehe gar nichts hier von hier aus kommt da ist bei mir nix das ist doch scheiße echt guck mal hier drauf so haben wir das ja nicht gemacht verstehe ich nicht oder es war vielleicht eine zeit das ist das ist ja eine extra quest ach so warum wir das da nicht gemacht haben ich glaube da hatten wir irgendwie keine zeit oder das kann sein ja mit absicht erst mal gelassen alles klar was war was war nochmal schrei nee c nicht hau 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 boah ich lebe schon doch irgendwas an ja ich sehe noch nicht aber wir müssen da rein da ist die markierung ist da drauf in der mitte alle schalter umgelegt auch hier drüben ist offen kummer ja ja ich weiß so ein bisschen na klar hier ist das jesus buch abgeschlossen dort zu buch wind der veränderung ich erkenne wind der veränderung aber den naja ist ein behälter oh krass mhm so hau 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 auch häu 発 mit irsin einsicht des gelehrten einsicht das gelehrten wenn du einen ancia in dentist simmering eight if company and to 하고 den einsicht des liebenden einsicht des liebenden du wirkst zehn prozent mehr schaden und erzielst um zehn prozent bessere preise von mitgliedern des anderen geschlechts du kannst immer nur eine fähigkeit benutzen dass nämlich du ausscheinend es sind ja fast alles männer gegen die wir kämpfen ist ja für mich zu nehmen weil andere gesteckt nur preise glaube ich auch noch so zeigen und mehr schaden ich kann im kampf kann ich nicht raus hier sehr gut da musst du jetzt raus wollen aber ich kann auch nicht doch jetzt war dann zwar nicht danach so ein dreck und ich gehe das ja das geht das ist ein dreck hier in dem nest echt was warum das so ist wieder da draußen nicht gut geht ok dann kann ich den muss ja das noch ein gehen dann kann ich den mit ihr allerdings mit mit kill befehl einfach nur anklicken und kill ich werde euch brennen ja ist da vielleicht kann man da noch endlich mal mit dem general sprechen ja hoffe es wir stehen auch hier draußen jetzt oder jetzt noch einmal ich werde euch jetzt sind die noch von ganz von anfang vielleicht sind die noch ganz vom anfang es ist mal wichtig dass sie gekillt werden wir draußen mal die ganze alle gekillt hier waren jetzt sind die alle ruhig habe keine kampfmusik mehr das ist ja ein ja kann natürlich sein dass wir jetzt auch mit dem dings reden können ich habe einmal zu durch neu gestartet jetzt glaube ich aber jetzt sehe ich natürlich nicht ob man aber warte mal ich muss erst mal zu verkaufen ich weiß nicht wer euch geschickt hat aber auf dem was ihr getan habt können wir aufbauen hoffentlich können wir uns irgendwann für eure güte revanchieren na klar jetzt wird es natürlich dunkel ihr seid also an meinen zaubertränken und zutaten interessiert zeig mal ja was du hast zaubertränke ich bin an allem interessiert was heilt dauer tragen der starken heilung einen einzigen hat sie davon 19.000 habe ich nur noch hier und also elektroplasma hilft rezept lehmung naja danke denke ich habe reichlich tränke und zutaten solltet ihr einmal den markt besuchen ja danke ich kann auch wieder versuchen nichts zu bauen eine fackel was fehlt feuerholz ja das glaubt aber glaube ich ja irgendwo oder feuerholz bestimmt echt dunkel na ja hier pack holz pack holz doch mal jetzt jetzt habe ich ja diesen back wo er nicht nichts mehr macht mit dem holz nein nein ach man wie soll man denn da rausgekommen aus diesem back das weiß ich auch nicht mehr ganz am anfang hatten wir das mal weißt du ja 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 warte kann ich mal zu dir teleportieren was für eine scheiße ähhhhh ach man was ist denn oh jetzt ach ach jetzt häng ich jetzt häng ich ach jetzt häng ich jetzt häng ich aber jetzt gehts bei mir ach 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 Bleib mal kurz so. Aber sie hackt. Ich will aber nicht mehr hacken. Reicht mir auch, ja. Ah, bin raus. Nee, doch nicht. Jetzt hängt sie fest. Ja, ich bin raus. Och. So ne Scheiße. Lederstreifen. Jetzt. Habt's. War hier das zum Lederabgerben? Da drüben, da, neben dem Hackklotz. Ah. Ah ja. Wie hab ich überhaupt Leder noch dabei? Nö. Na gut. Also nix mit Fackeln. Na gut. Dann, äh, die nächste Quest. Das haben wir jetzt auch mal gemacht. Dann können wir das mal schnell abhaken. unserer Liste. Das war irgendwie Wind des Vergessens oder irgendwas. Wind der Einsamkeit. Wind und Sand. Nee. Wind der Veränderung. Schwarzes Buch, Wind der Veränderung. Wind der Veränderung, ja. Wind der Veränderung, ja. Dragonborn ist das. Weil das ein DLC ist. In der abgehackten Liste meine ich. Ach so. Obwohl es doch eigentlich die letzte, die wir gemacht haben. Wir haben ein paar Questen sind noch. Kannst du es bei mir auch gleich mit ab? Ja, kann ich machen. Wind, ja. So. Unerzählte Legenden. Das sind noch einige Questen. Was haben wir jetzt noch hier? Klar im Kopf war das nicht. Das war Falkenring. Todesmal geht bei mir nicht. Weil du die gemacht hast quasi. Ja, aber bei mir geht es ja auch nicht. Weil du auch einen Teil davon hast. Ja, das ist sehr bescheuert. Wolfsschädelhöhle war das hier. Ne, Drachenbrücke. Unergründliche Tiefen. Ah ne, das ist Avangene Cell. Das ist auch nicht hier. Enthüllung des Ungesehenen. Das Haus des Schreckens. Ne, das war Makrat. Mächtiger als das Schwert. Tief in Himmelsrand. Blut im Wasser. Dämmerwacht. Angelfreuden. Verschiedenes. Marsch der Toten. Kann ich mal aktivieren und mal gucken. Vielleicht kommen wir mit dem ich sprechen. Blut im Wasser? Ja, ist das das? Gibt sie hier? Ne, was ist denn Blut im Wasser? Das weiß ich nicht. Probier mal. Ich hab da wieder keinen... Achso. Ähm, Map-Marker. Okay. Aber ich weiß es nicht. Blut im Wasser. König ist ein Blutfall. Ne. Der Gastwirt. Müdigkeit Arbeit. Jemand Spuren. Schokratz-Gol-Battu. Lies den Brief von Schokratz-Gol-Battu. Woll ich mal machen? Ne, die hab ich schon. Die hab ich schon weiter. Also ist die nicht von hier. Alles klar. Dann hab ich die jetzt letztens gemacht. Weil ich allein gespielt hab. Okay. Kein Zacken aus der Krone. Ah, guck mal, hast du aus der Asche. Aus der Asche. Hast du die, oder was? Ja, aber die geht bei mir nicht weiter. Die hab ich aber alleine gemacht, tatsächlich. Glaub ich sogar. Wie, wie fängt die an? Da hab ich nen, in diesem Dorf mit den, mit den Pilzen, hab ich irgendwie nen Aschewecher rings getötet und hab das dann. Und ich soll jetzt mit diesen Talbars reden und das geht aber nicht. So wie mit dem General hier, da geht's ja auch nicht mit dem reden. Hm. Das hat man bescheuert. Harte Antworten? Hier hab ich. Da hab ich nämlich auch wieder keine, keinen Text. Das ist aber ein Dings, das ist, ähm, Liebesgilde. Okay, das seh ich halt nicht. Mercer Fry. Das ist die Vollquests mit, äh, dem, äh, Vogel. Die müssen wir dann auf jeden Fall auch zusammen machen. Weil die seh ich nicht. Ja. Na klar. Das war's dann, glaub ich, mit Hauptquests. Dann haben wir maximal noch verschiedenes hier. Ja, wir haben noch nicht alles aufgedeckt. Siehst ja, wenn du in die Liste guckst, sind wir noch mindestens 20, 25 Quests, die wir gar nicht gesehen haben. Ich hab hier, ich hab eine, die heißt, finde die östkaiserlichen Anhänger für Fetis Alu in Rabenfels. Aktivieren die mal, weil Rabenfels ist ja hier, wo wir grad sind. Ja, aber wie man die finden, weiß ich nicht. Guck mal, hier ist der Wehlet. Na, der hab ich grad mal aktiviert. Mal gucken, ich hab aber Marker draufpitz. Modin Velet, Hauptmann der Redoran Wache. Zu euren Diensten. Ne. Geht nicht. Befolgt unsere Gesetze, dann werden wir gut miteinander auskommen. Wie hieß die? Äh, Marsch der Toten, gell? Hmm. Skyrim. Marsch der Toten. Lösung. Skyrim. Marsch der Toten, Marsch der Toten. Festprobleme, Marsch der Toten. S워요. Machen Sie ein Loch vonтрöken? Ne? Ja, sagst du nicht mal. ich habe gerade wegen diesen ostkaiserlichen anhängern geguckt das sind anhänger hätten anhänger nicht menschen ach so soll menschen finden ach okay man findet sie in schatullen der ostkaiserlichen handelsgesellschaft auf solstein da habe ich schon mal welche gesehen ach so das ist so eine also eine ranbringen quest quasi marsch of the dead speak of the devil reward so hier genau da kommen wir schon einmal hinreißen gleich objektiv 110 noch mal 110 bei der 110 bei der quest ich kopiere dir mal die quest id rein quest stage 110 hat das doch schon so lange nicht mehr gemacht ich weiß gar nicht wie das geht welche mods habt ihr drin fragte aber hatte das gleiche gleich sagen gibt mir die sekunde seht sich natürlich jetzt nicht vor ich gebe dir einen link ich hoffe das geht und da siehst du alle mods die wir drin haben 290 oder sowas ohne die creations also ohne die dings booms 110 auf jeden fall get stage und ich mache gleich wieder bild für euch haben jetzt nur gerade mal set stage und dann die quest id muss mal get stage machen wir auf get stage damit du weißt welche überhaupt das ist c2 110 habe ich also machst du nur 30 jetzt die notiz habe ich jetzt nicht lesen müssen die notizen dies das ging bei uns jetzt gerade nicht das kam bei mir als du das ja wir sind verbunden im endeffekt so ist überhaupt man finden der weise er ist wahrscheinlich daheim jetzt um die uhrzeit es sind der hier wohnt wenn nicht dass wir hier draußen kann ich für euch tun was kann ich für euch tun wie spricht denn der so gedrungen durch die zähne das kann ich für euch tun das ist hier hier gibt es nicht ich glaube ich habe euer probleme der asche blut gelöst wie kann ihr da so sicher sein weil ich könig bin ich habe diesen brief gefunden hat mich mal sehen sein inhalt nach zu schließen ging general karius davon aus die festung wäre immer noch in dem zustand von vor 200 jahren aber wir zum untoten wurde bleibt nach wie vor ein rätsel ist er teilte der aschenbrut keine befehle mehr wird es auch keine angriffe dieser kreaturen mehr auf rabenfels geben nein hat für die unterstützung in dieser sache eine stattliche belohnung ausgesetzt ich würde sagen das habt ihr euch mehr als verdient jetzt will ich aber sehen was stattlich 5000 gold bad mich euch aufzusuchen er sagte es sei äußerst dringend bitte entschuldigt aber der zweite ratzer arano bad mich euch aufzusuchen er sagte es sei äußerst dringend was hat er gesagt worum es ging nur dass ich euch finde und zu ihm schicke okay es ist wichtig noch wichtiger als die auslöschung der ok aber ob wir dann mit dem ratzern sprechen oder nicht das sehen wir aus der nächsten folge ich bedanke mich fürs zusehen und bis zum nächsten mal